Vor dem Bühneneingang der Wiener Staatsoper. Die Fans von Luciano Pavarotti warten hier seit dem Ende der Vorstellung schon über ein Stunde. Aufregung durch ein Gerücht, dass er längst durch eine andere Tür entschwunden sei. Dann heißt es, dass er in der Oper Autogramme gibt. Big P, der König der Tenöre, der Meister des Hohen Cs, Luciano Pavarotti schreibt Autogramme. Für ihn ein Stück Routine, wie nach jeder Vorstellung, sei es in New York, London, Paris, Berlin oder wie hier in Wien. Ehrfürchtige Stille. Vergessen ist in diesem Augenblick, was man ihm sagen wollte. Eine Viertelstunde später in einem Hotel. Noch immer hat Pavarotti keine Zeit gefunden, das Kostüm auszuziehen. Die Direktion und die Freunde der Wiener Staatsoper haben zu einer Premierenfeier eingeladen. Ein leichtes Essen in großer Garderobe nach Mitternacht. Die Nummer. La morte. Du kannst meine Rova. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hier feiert die bessere Wiener Gesellschaft ihren Star des Abends. Den 1935 in Modena geborenen Sohn eines Bäckers, der es durch die Perfektion seines Gesangs zu Wohlstand gebracht hat. Diese Feier ist der glanzvolle Abschluss nach vielen Wochen Probenarbeit. Drei Wochen zuvor. Als 300. Inszenierung nach der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper im Jahr 1955 wird Giuseppe Verdis Aida vorbereitet. Luciano Pavarotti wurde bereits vor zwei Jahren für die Partie des Radames verpflichtet. Es ist für ihn der erste Probentag. Orchester, Chor, Ballett und die anderen Solisten proben schon seit Längerem. Auf der Probenbühne im vierten Stock wird an der ersten Szene gearbeitet. Luciano probt mit Victoria Vergara, die die Amneris singt. Maria Chiara ist die Aida dieser Inszenierung. Darin! 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 Musik Anwesend sind ein Dirigent, ein Souffleur, Regieassistenten und der Regisseur Nicolas Joel. Er hat mit Pavarotti Aida schon einmal in Chicago inszeniert. Musik Dies ist erst die vierte Aida-Inszenierung für Luciano Pavarotti. Im Vergleich zu La Bohème, mit der er 1961 debütierte und die er seitdem unzählige Male gesungen hat, ist Aida für ihn ein relatives Neuland. Musik In dieser Inszenierung wird Lorin Mazel die Wiener Philharmoniker dirigieren. Um seine Solisten kümmert er sich in doppelter Funktion, als Direktor der Wiener Staatsoper, der nach dem Rechten sieht, und als musikalischer Leiter. Musik Musik Diese Probe dauert etwa zwei Stunden. Pavalotti muss praktisch die ganze Zeit singen. Das ist mehr als während einer Vorstellung. Die Singstimme, besonders die hohe Tenorstimme, ist ein empfindliches Instrument. Kann man sie schonen? Zum Aussingen in der Vorstellung hat der Sänger natürlich nur seine eine wirkliche Stimme. Auch wenn man ganz leise singt, heißt das ja nicht, dass man die Stimme schonen will. Manchmal muss man fürs Pianissimo das Zwerchfell und die Stimmbänder sogar mehr stützen. Man kann aber die Stimme während der Proben schonen, indem man eine Art Falsett singt oder eine Oktave tiefer. Das bekommt der Stimme sehr gut. Aber man muss schon wissen, wie das geht. Und dann gibt es Leute, die nicht eine solche zweite Stimme haben. Aber ich habe da großes Glück, dass ich zum Singen bei den Proben eine zweite Stimme habe. Ich bin sehr glücklich, dass ich noch eine andere Stimme kann, wenn ich singe kann. Ich habe raus! Und dann gibt es eine große Stimme! Ich habe aus. Ich habe aus. Und dann gibt es einen Stimme, Vorsitzooo! Ich bin sehr glücklich, weil ich bin sehr glücklich, dass ich... ... nicht sehr glücklich hatte. Und dann gibt es also die Stimme auf das Stimme. Ich glaube, dass ich also den Schimmer mit einem Spiel zu erweilen werden. Und dann officiell hat der Corona change in der Schweiz. Während in der Oper mit den Sängern geprobt wird, entstehen in der Bühnenwerkstatt die Kulissen. Pappmaché wird heute nicht mehr verwendet. Die ägyptischen Versatzstücke werden nach den Entwürfen des Bühnenbildners Carlo Tomasi aus Styropor geschnitzt. 260 Mitarbeiter haben die Bühnenwerkstätten der österreichischen Bundestheater, die größten Bühnenwerkstätten der Welt. 180 von ihnen arbeiten etwa drei Wochen an den AIDA-Bildern und Requisiten. Noch sind die Kulissen nicht fertig. Auf der Bühne wird in markierten Kulissen geprobt. Das Orchester ist vollständig versammelt. Jetzt geht es um den musikalischen Ausdruck. Miserabend. Miserabend. Aida. Aida, ne togliesti, spettalai forse, e in don offri la vita a me. Aida, ne togliesti, spettalai forse, e in don offri la vita a me. Aida, ne togliesti, spettalai forse, e in don offri la vita a me. Braucht ein so erfahrener Sänger wie Luciano Pavarotti auch bei seiner vierten Aida-Inszenierung wirklich noch die Noten? Ich glaube, die Partitur braucht man immer. Denn die Interpretation, die man sich vorstellt, kann einen manchmal in eine Richtung leiten, die mit der Originalmusik weniger zu tun hat. Und dann ist man nicht mehr superpräzise, selbst wenn man die Nuppen vor dem geistigen Auge hat. Und dann kann man durch den Inhalt des Textes abgelenkt werden. Um einen bestimmten musikalischen Ausdruck zu erreichen, muss man eben immer wieder in die Partitur sehen. Und um eine Partitur richtig zu kennen, braucht man als Sänger bestimmt fünf bis sechs Jahre. At least take five bis sechs Jahre. Und dann ist man nicht mehr. Und dann ist man ja nicht mehr. Und dann ist man ja nicht mehr. Und dann ist man ja nicht mehr, wenn man ja nicht mehr in die Partitur sehe. Und dann kann man ja nicht mehr da das Körpersen. Und dann ist es, dass man keinen Fall, wenn man ja nicht mehr in die Platzverkommene ist war. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Für AIDA werden etwa 350 Kostüme benötigt. Die Entwürfe dafür stammen, wie das Bühnenbild, von Karl Tomasi. Tomasi hat auch gleich Stoffproben mitgeliefert. Die Stoffe, aus denen die Radamisskostüme genäht werden, sind keine Seiden. Heute begnügt man sich mit Kunststoff. Der Effekt ist der gleiche. Die Kostüme für die Solisten werden natürlich nach Maß angefertigt. Die mit Proben ausgelasteten Opernstars haben für die Kostümwerkstätten kaum Zeit. Puppen mit ihren Maßen dienen als Stellvertreter. Erste Probe im Kostüm. Jetzt haben Regisseur, Bühnenbildner und Beleuchter das Sagen. Das Orchester wird nicht benötigt. Ein Pianist genügt. Die Nils Szene ist besonders kritisch. Verdi schreibt Finsternis vor. Die Kostüme für die Kostüme für die Kostüme. Die Kostüme für die Kostüme für die Kostüme. Die Nafat sind die Kostüme. Die Kostüme für die Kostüme. Lai dal padre degli Etio, Filre! Tu am Monassero? Tu, filre! Für die fünf Wochen, die Luciano Pavarotti in Wien ist, hat er ein kleines Apartment in einem Hotel unweit der Oper, einem ehemaligen erzbischöflichen Palais, bezogen. Sonderausstattung, ein kleines Klavier und ein Videorekorder. Pavarotti geht selten aus. Madeleine René, seiner Sekretärin, die monatlich an die tausend Briefe Fanpost bearbeitet und über Lucianos Diät wacht, gibt er gelegentlich eine Gesangsstunde. Ich war ja Lehrer, bevor ich Sänger wurde. Ich habe jetzt eine Schülerin und eines Tages wird sie sicher ohne meine Hilfe auskommen. Sie tritt ja auch schon auf und dann werden andere Schüler kommen. Das ist sicherlich was in meiner Meinung nach. Schülerin und ein kleines Klavier Schülerin und ein kleines Klavier La storia mia è breve, a te lo aseta di camo in casa e fuori. Sono tranquilla e lieta, ed è mio zago fargili e rove. Occhio, ho capito, non è bisogno di fare imitazioni, ho capito. Sì, mi chiamano i miei, ma il mio nome è Lucia. La storia mia è breve, a te lo aseta di camo in casa e fuori. Sono tranquilla e lieta, ed è mio zago fargili e rove. La storia mia è breve, a te lo aseta di camo in casa e fuori. La storia mia è breve, a te lo aseta di camo in casa e fuori. A te lo aseta di camo in casa e fuori. zusammengearbeitet wird. Und natürlich habe ich mit den Leuten hier auch einen gewissen Kontakt, aber es bleibt nur wenig Zeit, die man zusammen verbringen kann. Die arbeiten schließlich auch. Für Unterhaltung ist wenig Zeit. Denn wenn ich arbeite, sitzen die in den Kulissen. Und wenn die arbeiten, sitze ich in den Kulissen. Aber wir kommen doch schon zusammen. Und ich mag diese Leute sehr, denn sie arbeiten ja für uns. Also sie arbeiten natürlich für sich, aber auch für uns und vor allem fürs Publikum. Es ist der Morgen der Hauptprobe. Am Abend zuvor hat Pavarotti in Donizettis Liebestrank gesungen. Noch ist ihm die Anstrengung anzumerken. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Triumphakt in AIDA gehört zum prächtigsten, was die italienische Oper zu bieten hat. Wenn die Fanfaren auf der Bühne geblasen werden, haben die Orchestermusiker die seltene Gelegenheit, einen Blick auf die Bühne zu werfen. Selbst jetzt sind noch nicht alle Akteure auf der Bühne. In der Kantine werden weitere Gruppen für den Schluss der Massenszene ausgerufen. Die Balletttänzer haben ihren Dienst schon hinter sich. Die haben sie nur auf der Bühne geblasen. Die haben sie nur auf der Bühne geblasen. Den bauen wir? In China. Sicher gibt es das. Na, da haben wir mal die Frauen sind in die Aten. Gelmer,ECK. Die haben sie nur auf der Bühne geblasen. Und die haben sie gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Premierentag. Die Opernmaschine kommt in Gang. Letzte Vorbereitung. Wie bereitet sich Luciano Pavarotti vor? Ich stehe auf, wenn ich nicht weiter schlafen kann. Am Tag der Vorstellung stelle ich nicht den Wecker. Dann trinke ich erst einmal einen Kaffee und danach probiere ich sofort meine Stimme aus, um zu hören, ob sie da ist. Am Tag der Vorstellung esse ich sehr wenig. Nach einer kleinen Mahlzeit lege ich mich noch einmal kurz schlafen. Dann gehe ich etwas raus, mache ein paar Übungen für die Atmung. Dann setze ich mich ans Klavier, gehe den ganzen Nachmittag noch einmal durch die Partitur. Und dann wird es Zeit, mit der Partitur unterm Arm zur Vorstellung zu gehen. The Opera House with the score, of course. 70, 71, 72, 71. Noch sind es zwei Stunden bis zum Beginn der Vorstellung. Wer hier in den letzten zwei Tagen und Nächten ausgeharrt hat, kann eine Nummer vorweisen, die zum Kauf einer Stehplatzkarte berechtigt. Hat man diese Kontrolle passiert, ist das Opernglück schon greifbar nah. Ein letztes Mal warten auf den mitgebrachten Campinghockern. Zur gleichen Zeit trifft auch Luciano Pavardotti ein. Er kommt früher als andere Sänger, denn für ihn ist die Garderobe ein Ort der Konzentration. Im Keller bereiten sich die Theaterfeuerwehrleute auf ihren Auftritt vor. Erst wenn sie das Haus inspiziert haben, wird der Zuschauerraum für das Publikum freigegeben. Luciano Pavardotti schminkt sich fast immer selbst. Er betrachtet auch das Schminken als eine Konzentrationsübung. Die Stehplätze werden freigegeben. Mit einem festverknoteten Tuch wird der Stehplatz reserviert. Auch bei Premieren kosten die Stehplätze nur einen winzigen Bruchteil der Sitzplätze im Parkett. Wenn eine Partie so unwirklich ist, also so, dass einem sowas bestimmt nicht passiert, wenn man auf die Straße geht, ausgenommen La Boheme. So eine Geschichte kann einem auch heute noch passieren. Radames ist also so eine Partie, in die man sich erst den ganzen Tag über hineindenken muss. Und wenn man in die Oper geht, dann ist man praktisch dieser Mann. Mit Enthusiasmus am Anfang, dann kommt man als Sieger aus dem Krieg, ist sich seiner Rolle für Ägypten bewusst und dann die Enttäuschung. Wenn sie einem Amneris statt Aida geben wollen, die man ja sehr liebt. Schließlich entscheidet man sich für diese Liebe zu sterben, anstatt die Königstochter Amneris zu heiraten. Und das ist ja eine Sache, die heute so wohl nicht passieren würde. Aber man weiß ja nie. Im Foyer werden Fotos der Gesangstars angeboten. Pavarotti ist zuerst vergriffen. Wie die Premiere sind auch alle weiteren Vorstellungen mit Pavarotti ausverkauft. Er, der die höchsten Gagen bekommt, garantiert auch die höchsten Einnahmen. Grüß die Hände, die Damen und guten Abend, die Herren. Wir beginnen in etwa fünf Minuten. Orchester bitte Platz nehmen. Radames und Rampis bitte fertig werden. Zwei Ballettlern und zwei Statisten bitte auf die Plätze. Orchester bitte Platz nehmen. Das Einsingen ist für den Tenor bei Aida besonders wichtig. Seine Arie, Celeste Aida, beginnt drei Minuten, nachdem der Vorhang sich gehoben hat. ... Musik 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 In buchstäblich letzter Minute sieht Lorin Marzell nach seinem Star. Es geht nicht nur um Schulterklopfen, sondern um Perfektion im Detail. Es geht nicht nur um Schulterklopfen, aber es geht nicht nur um Schulterklopfen, sondern um Schulterklopfen, sondern um Schulterklopfen, sondern um Schulterklopfen, sondern um Schulterklopfen, 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 um Schulterklopfen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Vorstellung dauert drei Stunden. 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 Die Vorstellung dauert drei Stunden dauert drei Stunden. Und die Vorstellung guilty algorithms. Die Vorstellung Mill alimentar₆. Und das Publikum lässt einen wissen, dass man seine Aufgabe bestmöglich erledigt hat. Und das ist doch das Wichtigste. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Das Wichtigste.